Saison 1 Bevor die Frage wieder kommt Ich auch Aber für PS4 Und das ist leider Also das Spiel ist leider schon Im Nonnenhaus Leider, leider Danke Luna Sehr lieb von dir Ich habe jetzt dreimal gespielt Plus die vierte Staffel kam Wollte ich alles nochmal neu spielen Kenn ich Ich habe leider bisher nur Den Teil und 400 Days gespielt An den anderen habe ich mich noch nicht ran getraut Was der Grund ist, weswegen ich den ersten nochmal gespielt habe Damit wir die Reihe zusammen spielen Jetzt ist das der Altersheim Simulator Ja, genau Der Altersheim Simulator Am 15.10 hatte ich das letzte Mal hier gespielt Also nicht im Stream, sondern Am PC Also, ne, am 10.05. Ich habe am 5.10. 10.10. Ne Ah ne Stimmt Doch am 5.10. Alles gut So Episode 3 Ich hasse diese Episode War doch glaube ich mal eine Hass-Episode oder war das sie danach ich weiß nicht mehr geil ich bin die geschichte und clementan einfach mega ja ich liebe clementan auch sie ist einfach so süß leide ich mal wieder na gut aber vielleicht kriegen wir das spiel diesen woher noch durch previously on the walking dead get the gates open we've got wounded i want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea words getting out that you want to leave the motor in well here isn't doing us any good you should think about coming with us you and clement no one's trying to cut you out of anything those look like the people who raided my camp down you're paranoid fuck you did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place that's right i know who you are and i know you're a killer he's not dead somebody help me come on we know this guy's not gonna make it sounds like a car it's a shitload of food and supplies back here we have to take this clementan we needed to survive don't worry little girl and it's got their eye on that dairy as long as they keep getting food from them you'll be safe oh da bin ich ja oder hier wird im karton getötet ähm jetzt da wo der alte mann da grad das war das war so leckstein und mit der eine getötet wurde die reise sehr nicht ohne grund für ps4 und steam komplett also leider nur für ps4 komplett steam hat mich halt immer abgeschreckt weil ich weiß nicht ob die teile mittlerweile auf deutsch sind aber ein zwei spiele waren halt auf englisch und er ohne deutschen untertitel ist das ein bisschen mäh deswegen hatte ich die dann für steam nicht weiter gekauft für ps4 dann die komplett die duschen looks like this is our lucky day es might actually go smoothly we deserve it after last time ihr dürft übrigens auch mitentscheidende bei den entscheidungen und namens nox ich bin damals durch gespielt mit der psv da es gab es noch für die psv da echt bei mir hat es bei der psp aufgehört da gab es in deutsch okay okay ja gut das wusste nicht ich dachte damals nur oh gibt's noch auf englisch ja nee okay dann lass ich da ist ein flotzeug eingestürzt also privat würde ich sagen okay lass ich mir noch gefallen aber im stream dann komplett nur auf englisch schwierig okay dann muss ich doch verteidigen können jetzt darf ich hier wieder ich frage mir wo die ganze viele hier hin sind ich glaube dass nicht jeder hier ein bogen hat noch glaube ich nicht jeder weiß wie man ein bogen einfach herstellt und ich glaube eine waffe also eine schutzwaffe ist dann in dem moment einfacher wobei du auch mit einer schutzwaffe leise schießen kannst kann man auch relativ lautlos wenn man die sachen dafür hat danke meinst du komm auf den schalldämpfer das was mina sagt also manchmal ist man echt einfach doof ich bin auch noch döver als sonst und jetzt wurden die letzte genzelle wohnen verklemmt und 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 Jetzt, wenn der es keine Geräusche macht. Das stelle ich mir auch laut vor. Ah, das ist klar, Luna. Ah, das ist klar, Luna. Oh, scheißegal, weil... Oh, ich nicht. Oh nein. Ich weiß, es kommt. Das ist laut. Oh nein. Die Leute nicht grünen, oder? Jesus, ich glaube nicht so. Es ist eine Frau. Sie wird uns getötet. Kein Scheiß. Und in der Tatooie... Wir müssen sie sie aus dieser Verkürzung. Sie wissen, wir sind hier. Was bedeutet das? Ich meine, wir sie leben. Und sie sie alle zu ihr. Bist du uns Zeit. Und die stirbt doch sowieso. Sie wird sowieso sterben. Die stirbt sowieso. Hm, so lenkt diese Wesen ab. Oh Gott, ich kann dich beruhigen, beim letzten Mal habe ich sie versucht zu retten. Die Wesen kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sie dann liegen lasse. Beim letzten Mal habe ich sie versucht zu retten. Und da habe ich nicht mehr die Hälfte von der Hälfte mitnehmen können. Das ist ganz furchtbar gewesen. Waren alle sauer auf mich? Oh Scheiße. Sie ist weg. Es gibt nicht viel Zeit, jetzt. Ich denke, das ist alles. Okay, das passiert trotzdem. Oh je, oh je, oh je. Komm schon. Oh, ich würde vielleicht auch eh drücken, oh nicht weh. Ähm. Ich habe nur Gemüse geschüttet und bin K.O., das glaube ich dir. Oh, äh. Bäh! Was kommt so denn her? Ich will nicht kuscheln, danke. Nein, lass mich. Such dir ein Hobby. Merke in der Realität. Ich kann gar nicht. Äh, wenn ihr da her QuickTime Event kriegt, ja. Dann seid ihr richtig am Arsch. QuickTime Events und ich, das funktioniert nicht. Das ist etwas, ähm, das harmoniert nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie ich die meiste schaffe, aber... Irgendwie... Ich kriege jetzt einen doch hin. Aber hey, wir haben einiges an Sachen mitgekriegt. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Hey, Sweet Pea. That's neat. I'll find you in a minute. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? Might as well leave a sign out that says the men are going and come and rape our women and children. What's that? Let go. We can do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We do whatever is best for the kids. Doesn't that make sense? It's suicide out there. We'll die in here. You're right. You could see someone sleeping and kill one of us. At it again, are we? Can it, Carly. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group though. And I don't think you're capable anymore. We're strongest together. It can't be you versus us, Libby. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's gotta be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Cause of me, Lily. That's BS, Kenny. And you know it. What about medicine? We deal with shit as it comes. Just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night. And then. You just gonna deal with that. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace. Of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? Oh God. What is happening? It was a mistake. We got our supplies. But we should have tried to save her or put her out of her misery. Well, you had Kenny with you, so some options were off the table. You should be thanking love for not seeing that girl. It's not so easy for him. Look. Macon and its people aren't saveable. It's not a town. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming this way. It's not gonna be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out. What? She's right about one thing. None of this is getting any easier. Things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Okay. Wir dürfen wieder frei. Amerikaner brauchen Waffen und vor allem Ungesicherte. Geht es eigentlich dafür, dass wenn du im Gebäude schießt, der Knall dir keinen Tinnitus verpasst. Soweit ich es jedenfalls weiß. Geht. 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 Da war, das war die Waffen mit aus, das Where Icoshe, und ein paar Tage oder Zum diferen? Wie gesagt, für Waffen habe ich mich jetzt nie so interessiert. Aber gut zu wissen. Auch класс 所以! Geht. Ich bin fast nicht innerhalb von ein paar Tagen wieder vergessen, wie ich mich kenne, wie ich um mein Gedächtnis. So. Kann ich da nochmal rein? Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich werde nicht spielen. Aber du und dein Freund haben eine Hand in meine Instabilität. Kann ich etwas für dich? Haben Sie... Nein. Ja, ich kann deine Hilfe nutzen. Es ist ein Traitor. Ein von uns, jemanden. Er oder sie oder sie haben. Ich bin ein Zeug. Für real? Oh, was hast du? Ja, für real. Und ich habe nichts. Ich weiß einfach nur. Lilly. Es ist alles gut. Antibiotics. Oxy. Fuck, alles mit Opium in es. Ich sehe das, und es ist gut. Ich habe meine eigene. Das ist das. Ich bin ein fucking Mist, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich ein Witch Hunt beginne. So you want me to start one? Ich will, dass du dich umschlässst. Ich will, dass du dich umschlässst. Was ist da? Was ist da? Ich habe das, das in die Garbage. Wir haben nicht ausgelassen. Wir fixen. Wir versuchen es. Du solltest nur eine Flaschlight, wenn du es benutzt musst. Okay. Ich werde ein bisschen. Danke. Wenn du nicht findest, ich werde nur sagen, dass du bist. Ich werde ein Mystery sein. Es ist ein Mystery. Ich habe das. Ich habe das. Ja, du bist. Was habe ich gerade gesagt? Du bist der Greatest Detective. Und ich bin Dick Grayson. Du bist der Wart. Ja, du bist. Ich weiß, wer es ist. Ja, du bist. Ich weiß, was du bist. etwas weirrt. Ich bin alles klar. Ich durfte die Puppe nicht haben. Zack. Servus. Hm, das kann aber so passieren jetzt wirklich sogar in irgendeiner Zeitung drin. Das würde mich nicht wundern, wenn das öfter passiert. Hm. Ich glaube, in Amerika wirst du sogar erschossen, wenn du einfach nur jemanden schräg anguckst. Ich wusste, wo ich? Ja. Das wäre ein gutes Ding zu wissen. Du hast nicht auszüglichen einen Flaschleuch, hast du? Nein. Du hast gesagt, dass ich das? Nein. Du hast die Flaschleuch? Ich glaube nicht. Er ist immer immer mich für was. Wie? Du hast einen Bogen auf seinen Pillow? Du hast das gemacht? Ja. Ich spreche dir später, Clem. Okay. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Ich habe nur ein bisschen Spat. Wir tragen jetzt alle Schäden und ich mag es nicht. Es ist die, die es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht dran. Ich bin sorry. Wie geht's, Lea? Ich weiß, ihr habt alle hier? Mehr oder weniger. Ich habe meine Probleme mit Lilly, aber ich bin nicht vertraut. Ja. Wir können uns nicht mehr auf uns mehr als wir haben. Wie geht's, Lea? Ich weiß, ihr wisst etwas über diese Bogen Flaschleuchte? Fuck. Wir haben nicht viele von diesen Bogen. Ja, das ist ein Problem. Die Glas und die Bulbe sind alle Busten aus. Ich habe ein Bogen Flaschleuchte über die Ice Machine. Ich habe es versucht, das Bogen, bevor die Kinder haben sich verletzt. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, doch. Das andere ist doof. Gibt eh nur Knast. Okay. Ich dachte, wenn ich ihn anspreche, sonst wird wieder noch was anderes. Mit ihr rede ich gleich. Ich trinke ja schon. Ich trinke ja schon. Ich trinke mich einmal ganz kurz an der Decke von hinten. Bin ich wieder da? Ich trinke mich nicht mehr an der Decke von hinten 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 an. Aber was ist in Macon? Weißt du, wie warm es hier im Keller ist? Ich grüße in Macon. Draußen müssten, wäre ich jetzt auch noch so 800 Grad sein. Ich glaube, oben müssten so 20 Grad sein und hier unten ist es deutlich wärmer. Äh, deutlich kälter, wenn ich hier unten nur die Ständtheitzung habe. Ich könnte jetzt auch die richtige Heizung anmachen. Aber die scheint jetzt sowieso schon so komisch. Außerdem müsste ich dann die Spinn-Dinges reinfassen. Das ist nämlich direkt hinter einer Wand. Dann müsste ich da erstmal... Nee. Nee. Lieber Standteils und Dunckendecke. Aber draußen, ja, wie gesagt, schätze ich auch nur so 800 Grad. Eine Flaschlight war, was du? Nein. Du bist nicht in Trouble, wenn du es warst. Ich weiß, du bist nervös und vielleicht bist du in der Bath. Aber du bist nicht in der Bath. Broke es, got worried und tossed. Was ist mit der 3rd Degree? Ich habe keine Flaschlight. Okay, dann. Was denkst du über Lilly? Sie schützt mich aus. Das ist ein rechtes Ding zu fühlen. Ich habe nur Angst, dass sie schützt. Talk to you later, Ben. Bye. Mhm. Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Gut. – Die Kunde.